Ja, ihr wisst ja, ich bin ein alterer Retro-Fan, ein alterer Pac-Man-Fan und ich liebe die alten 8-Bit-Spiele. Hab hier auch von Atari das alte Pac-Man und ja, ich hab was gefunden im Internet, was ich unbedingt haben musste. Und das Paket ist heute gekommen. Das Paket ist gekommen von maskworld.com. Maskworld ist für mich der wichtigste Anbieter für Karnevalsklamotten, bin ich jetzt nicht unbedingt großer Fan. Für Halloween-Partys oder für Motto-Partys, überhaupt für Verkleidungen sitzen in Berlin und haben eine starke Webseite und liefern sehr, sehr schnell, preisgünstig. Und ich hab hier was gesehen, einen Online-Shop, eben in dem Online-Shop für Kostüme, was mich fasziniert hat. Und ja, lasst euch nicht ablenken durch das Gepfeife hier übrigens, weil es sind noch ein paar Wellensittiche hier im Raum, aber die gehören halt einfach dazu. Und ich mach jetzt hier mal ganz banal auf, schneide mal das Paket auf und zeige euch mal, was in diesem schönen Paket hier drin ist. So, geschnitten. Maskworld hat nämlich eine ganz, ganz tolle Idee gehabt, oder was gefunden denn? Also allererstes, was ich bei Maskworld immer sehr, sehr nett finde, das ist in dem Karton eine Maske zum Ausschneiden. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht, ich ziehe die mal ein bisschen raus. So, es geht darum, es geht, ah, Kiste weg, Kiste weg, Kiste weg. Es geht, bop, 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 um einen Anzug in Pac-Man-Design. Ist das nicht geil? Ein Motto-Anzug in Pac-Man-Design. Und ja, ich muss sagen, musste ich haben, es geht um eine Hose, es geht um ein Jackett und es geht um eine Krawatte. Wahrscheinlich ist es alles billigstes japanisches oder chinesisches Zeug, aber ist egal. Für so einen Gag ist es mal wichtig. Ich bin auf so Veranstaltungen der Retro-Gamer und da kann man mal sowas anziehen. Das musste ich für den Gag haben. Und ja, schau mal rein, mach jetzt hier mal auf. Hier ist das Jackett. Ist das Jackett. Das ist doch cool, das ist doch cool. Diese ganzen kleinen Kameraden sind drauf. Und ja, der Wälder, der hinten, der freut sich auch. Ich nehme es mal raus, das ganze Zeug. Ach, ich fange mit der Krawatte an. Ich fange mit der Krawatte an, bei Krawatte. Ich bin ja eher der Fliegentyp, aber Krawatte passt auch. Und zusammen schaute ich mal diese geile Krawatte an. Diese starke Krawatte an. Es ist natürlich 100% Handmade steht drauf. 100% Polyester. Ja, wohl wie zu erwarten war. Und hier, Pac-Man freut sich. Okay, also, Krawatte hänge ich hier mal um. Passt hier wunderbar rum. Vogel schreit wie am Spieß. Okay, gehört dazu. Und ja, hier ist das Jackett. Ups. Und innen, ups, fällt auch noch die Hose runter. Allzu warm ist es nicht. Aber für so eine Motti-Parte brauchen wir vielleicht auch nicht Sachen. Hier, schaut euch mal diese Jackett an. Mit den Pac-Man-Motiven. Innen, ja, gefüttert, interessiert. Mit so einem Polyesterstoff. Das Höschen. Ich mache jetzt nochmal die Hose auf, dass ihr die mal seht. Fein säuberlich zusammengelegt. Und ich reiße es auseinander. Hier die Hose und hier die Jacke. Naja, ich bin mal gespannt, ob es passt. Wenn nicht, muss es der Sohn anziehen. Der freut sich sicherlich. Wenn nicht, muss er trotzdem anziehen. Also, von Mask-World die Pac-Man-Klamotte für uns Retro-Grämer. Genaue Spitze. Und was sagst du hier? Ich finde es super. Okay, also, alles klar. Okay, also, alles klar.